Willkommen zurück zu Minecraft. Ja, das war ein schneller Start in die neue Folge. Oh, da lag's grad. Moment. So, was ich jetzt machen wollte ist... Äh... Eigentlich noch mehr Holz holen, aber... Da hab ich jetzt eine andere Idee, oder? Habe ich eine andere Idee? Nein, ich hol noch mal mehr Holz. Ach, wollte ich ja eh mal. Oh. Da hol ich jetzt noch mehr von diesem... Schnee, Baum, irgendwas Holz. Aber ich geh hier am Fluss entlang. Ich hab wieder nicht so viel Zeit. Ist grad 20.50. Äh, 40 meine ich. Ja, bis 20.50 Zeit. Immerhin ein paar, dann kann ich den... Gleich noch rendern. Äh, es war wie das heute kein Part kam. Am 21.05. Ja, ich hatte... Ich musste gestern viel für die Schule tun. Hört sich scheiß an, ist es auch aber. Ich will nicht noch mal sitzen bleiben, oder? Und falls ihr euch fragt, ich bin jetzt in der achten. Klasse. Bin 15 einmal sitzen geblieben und, äh... Will's nicht noch mal. Und... Ach. Das wegen sieht da gar nicht so scheiße aus. Wobei es auch nicht viel anders ist. So, da rush ich mal hoch. Ich bin nur richtig hyperaktiv. Ich, äh... Merk man jetzt eh wieder nicht, weil ich jetzt wieder... Weniger, aber egal. Ähm... Ich bin noch nicht geschlafen, nicht. Weiß nicht. Ähm... Ja, ich bin... Aber ich bin heute heute auf einem hellwach. Holborn, richtig müde, ich hab verrecken. Aber jetzt richtig... ...geilwach. Aber... So langsam wird's, neigt sich wieder zu dem Mühen hin. Da wurde ich angeschrieben. Ja, die Welt will nicht... Will sich nicht schreckt. Regenerieren. Ja, oder... Regenerieren. Regenerieren hast auch, ähm... So, herzenaufheilen, oder? Wann kommt denn mein Schnee? Ähm... Leute, ich laufe jetzt zurück. Ja, ich laufe jetzt zurück. Geh dann auf andere Seite, weil da wird auch immer was sein. Kann noch nie so weit weg sein. Wo ist der Fluss? Zwischen mir dunkel. Nee. Ach, komm mal, jetzt mal doch. Das ist gut, ich hab drei Wolle, damit könnte ich eigentlich auch da pennen. Ach, nö. Ähm. Ach, nö. Okay. Ist das nicht gut? Ich hab' auch mal das Gefühl. Ich hab' auch mal da geprüft. Oh, scheiße. ich würde jetzt mal ich glaube aber durch Leute ich glaube einfach durch und sage ich nö ich laufe jetzt durch Hallo Zombiemann willst du mal mein Schwert spüren du auch ja ich finde Skeletten am schlimmsten Hallo Kiki nein ich hasse die ich hasse die Treffen ist von das ist explosiv Scheiß die Wand an Regenerier dich doch yeah ich brauche wieder alle zehn Herzen so und da oben ist ein Skelett und es laggt yeah oh sometimes laggt man Minecraft yeah ja ich weiß nicht wieso aber ist es so und ich glaube ich bin schon wieder zuhause hier warte wie ich ich bin noch letzte Woche lang gelaufen oder ich habe gerade richtiges Zervü hier war ich schon ein bisschen von lektiert ein bisschen ha hat es nicht ich glaube ich glaube jetzt haben wir durch so irgendwie fikt euch nach hause nach hause nach hause das Borg Wiesel Eckt das denn heute wieder ich habe mein PC schon war jetzt seit dem letzten Mal aufnehmen und noch nicht raus ich hatte mir mal angewöhnt vom Aufnehmen immer PC zu starten weil hab ich immer 20 FPS mehr so 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 ich habe keine ahnung aber dass jetzt wieder weg muss mach ich kurz eine plattform so 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 und dann würde ich sagen den Weg aus diesem Chaos hier und meine Lösung sehen wir beim nächsten Part also guten Nacht und bis zum nächsten Part Tschüss